Herzlich Willkommen zu The Walking Dead Season 2, Episode 2, Part 2, so jetzt habe ich es und ich bin Foxy und Let's Go, wir waren ja gerade, wir hatten ja ein Klappchen in der letzten Folge und wir sehen mal weiter. Das oberhalb ein bisschen Blut, seht ihr das an den Türen? Ja, du bildest dir Sachen ein. Was zum Teufel war das denn? Scheiße! Ich habe sie nie gesehen, bevor sie hier waren. Du hast keine Ahnung, wer diese Leute sind, oder? Du kennst sie? Lass mich dir das fragen, wenn du sie kennst, wie viel sie dir vertraut haben? Na ja, sie haben mich in einem Klappchen geschlossen. Wenn die Leute nicht vertraut haben, wie kannst du sie vertraut haben? Scheiße, hat er das Foto gefunden? Ich glaube, ich habe dich lange genug beschäftigt. Ich kann mich selbst rauslassen. Nicht zurück! Du sollst auch nicht wiederkommen. Boah, wir können hier erfolgen, wie sonst was. Wo ist er? Er ist weg. Was, wenn er zurückkommt? Dann kann ich nicht vergessen. Dann kann ich nicht vergessen. Wir müssen die anderen finden. Wir können nicht rausgehen. Clementine. Sarah. They told me about Pete. You know where he is, right? You know where he is, right? Come on, let's go. A man was here. What? What did she say? Someone came to the cabin. What? Clementine talked to him. And you just opened the door for him? Calm down, Rebecca. Calm down? I am calm. You calm down. He was coming in either way. I told you not to open the door for anyone. Did he say his name? Did he say what his name was? Maybe it wasn't him. You know damn well who it was. Why do you care so much? Excuse me? Look, Clem, just tell us what he looked like. What was he wearing? Did he sound different? His voice was gravelly. Like how? I don't know. Kinda deep and scratchy. Scratchy. He talked about you, Dad. You're not gonna hurt anyone, are you? Of course he won't, Sarah. Your dad's the nicest man I know. Which is why he's not gonna do anything crazy. Or not nice. Right? You know these are bad people, sweetie. They will do or say anything to hurt us. What do you think? Did it seem like he'd be coming back? He saw a picture of me. A picture? What were you doing taking pictures? Carlos. What? You need to calm down. You're scared your daughter. I took the picture. It's my fault. No, I asked her to. It's my fault. Sarah. Yeah. He was scouting. We got lucky. He wasn't expecting to find us. Clementine must have surprised him. She hadn't been there. Well, he was too smart to stick around, but he'll be back with the rest. We don't have much time. He's right. Everyone pack up. We're moving now. Alvin, wait! We have to leave now, sweetie. Before he comes back with more bad guys. But it's gonna be okay. Let's just go get your things. Where are we going? Anywhere but here. Into the mountains, maybe. Clem, I don't know what he told you, but William Carver is a dangerous man. He's the leader of a camp not far from here, and he's very smart. We were lucky to escape. Look, I'm sorry to involve you, but now that he's seen you, you'll be safer with us. We have to leave. We have to find Pete. We'll get him on the way out, Nick. Clementine, you know where he was, right? Yeah. Alright. Everybody grab your stuff. Let's hit the road. He's dead. Moving on. Oh, he looks like he's dead. Oh, he's dead. He said it was just up here? Yeah. Just a little ways. Hey Clem. Sorry if I gave you some shit back there. I'm just a little on edge. I still don't like what you did. Sneaking around on us and taking advantage of my husband. Why is Carver after you? After me? Oh, you mean us? It's a long story. He... He has a hard time letting go. I know you did your best back there. You know, none of us would make it on our own. Sometimes it's hard knowing just how dependent I am on everyone. I'm not used to that. I'm not comfortable with that. I'm supposed to be a mom soon. Guess I need to work on my patience. Alvin and I still don't know what to call her. Or him if that man gets his wish. God help me. Any ideas? Clem? Oh, I'm doing that. So where we were. Er ist nicht hier drin. Das war das letzte, wo ich ihn gesehen habe. Vielleicht ist er irgendwo hier drin. Bleib deine Augen öfter und bleib in Sicht. Da ist Blut. Ich sehe ihn kommen. Ist er hinter dem Stein? Er ist tot. Der ist hinter dem Stein. Clem hat das schon richtig gesehen. Ich will nicht, ich sehe ihn. Ach du Scheiße. Pete! Er hat aber noch ein paar getötet anscheinend. Oh mein Gott. Was ist passiert? Was ist passiert? Er hat geschossen. Er hatte keine Schlüssel. Wer hat das gemacht? Wer hat das gemacht? Wir müssen gehen. Er ist weg. Neaki'i. Er ist weg. Wir müssen gehen. Komm mal, Mann. Wir müssen gehen. Wir müssen gehen. Sie haben wir Pretty. Wir müssen gehen. Im Moment. Er ist灰. Sie haben den okay. Scheiße. Ich bin über das Kind. Schau ihn an mir, bitte? Sind Sie sicher, dass Sie noch mit uns kommen wollen? Schau, ich weiß, dass wir nach einem schweren Stern gekommen sind. Und ich kann nicht sagen, dass es schwerer wird. Ich muss aber nach Krista gucken, ob sie noch leben. Ich muss nach Krista schauen. Sie ging nach Norden, oder? Ja. So sind wir. Schau, Sie haben eine bessere Chance zu finden, sie mit uns zu finden, als auf ihr eigenes. Ich denke, wir haben ca. 4 oder 5 Tage, um diese Mauten zu erreichen. Jetzt, wenn sie uns betrachten, sollten wir sie dort verlieren. 5 Tage? Es wird okay, Beck. Wir müssen jetzt weiter gehen. Das ist unsere einzige Wahl. Ich bleib nicht den kommen. Scheiße. 5 Tage später. 7 Tage später. 6 Tage später. algo Hier ist kleine Hetznerin. Manh CTOL. 50 Tage später. Gro noch mal. B autos. 10 Tage später. x 2 Tage später. Siehst du nichts? Sie hätte besser etwas sehen. Wir haben schon eine wunderschöne Woche geschaut. Wir müssen uns ein Geheimnis finden. Es ist ein Haus. Es ist ein Haus. Es muss das Ski-Resort sein. Ich habe... Ich habe noch nie Ski gemacht. Bek und ich war einmal. Es war nicht schön. Es ist ein Haus. Was sieht es aus? Es ist groß. Es ist groß. Das klingt wie ein guter Ort, um die Nacht zu spenden. Okay, können wir hier noch was... Da ist was. Wie groß ist es? Es ist ziemlich klein. Da ist die Brücke. Und sieht es passabel aus? Ich denke so. Gut. Das war's. Okay. Wir müssen die Brücke über die Brücke überrasen. Wir gehen. Holden jetzt. Wir können nicht alle überrasen das Ding überrasen. Wir werden dort befinden. Wir werden da raus. Wir werden über die Brücke überrasen. Genau. Aber wir haben keine Ahnung, wer da ist. Ich werde überrasen. Ich werde überrasen, und sicher, dass es klar ist, bevor wir das ganze Gruppe übern. Du denkst, dass die Gruppe überrasen eine gute Idee ist? Ich habe nie gesagt, dass es eine gute Idee war. Aber es ist besser, als zu riskieren alle anderen. Was ist dein Plan? Clementine, ich kann mich überrasen. Ich kann mich überrasen. Ich kann mich überrasen. Wir haben eine schwierige Zeit. Wir haben eine schwierige Zeit. Wir haben eine schwierige Maschine. Wir müssen einfach zurückkommen. Wir gehen nach Terry. Clementine sollte hier bleiben. Sie ist ... Sie ist ... Sie ist ... Sie ist nur eine kleine Frau, Luke. Sie ist eine sehr wertvolle Frau. Ich kann das machen. Sie sehen? Keine Probleme. Es wird gut. Okay? Wir sehen uns in zehn Minuten. Wir sehen uns in zehn Minuten. Wir sehen uns in zehn Minuten. Ich kann zu zweit. Ich bin mit dem Gruppe. Ich bin gut, Luke. Ich mag das nicht. Ja, wenn ist das letzte Mal, dass du nichts magst, Carlos? Wenn etwas passiert, dann werde ich dich überrasen. Komm schon. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Die besten. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Oh, Bush. Was ist das wichtig? Was wollen alle, auch dieVaspelung? Was glauben Sie, Sie sind alle? Ich habe hier nicht. Es ist eine schweres Welt, die dich nicht zu tun können. Insofern, du kannst Rebecca fragen. Ich werde nicht in der Mitte kommen. Wir haben alle Fehler gemacht. Wir haben Dinge, die wir nicht vergangen. Es ist mein Platz, jemandem über die Vergangenheit zu sprechen. Wir sind schon in der Mitte. Dich erzähl mir. Ich kann sie nicht schreien. Es ist zu viel Ruhe. Es sind nur zwei. Lass sie nehmen. Ich nehme den großen. Du gehst kurz. Ich wünsche, dass wir Schäden nutzen können. Ich will den großen. Ich habe den großen. Hey, Junge. Schau. Es ist nicht so, dass ich nicht weiß, dass du Schäden hast. Aber bist du verrückt? Vielleicht bin ich. Nur mit dem Plan. Okay? Ich will den großen. Ich will den großen. Geh' dann. Gib's dir gerne einen guten, Paul. Schon dann lecker. Ich weiß. Ich habe das noch früher gemacht. Erinnerst du? In einem Lemann? Warte mal, hä? Mein Hammer! Lass meinen Hammer anrufen! Au! Ich könnte doch einfach so durchrennen. Das ist Stahl. Ah, da sind noch... Da sehe ich was. Hallo, habt ihr Hunger? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir runterfallen. Den Toads auch. Ich nehme die drei, du nimmst den Iron. Clem! Ich bin okay. Ich bin... Ich bin... Ich kann mich nicht erreichen. Es ist okay. Clem, schau, wir werden dir etwas herausfinden. Nach dir! Oh, Scheiße. Schau dein Bein kaputt! Oh, das ist der Kopf! Mein Hammer! Mein Hammer! Mein Hammer! Mein Hammer! Gib meinen Hammer! Wer will meinen Hammer nicht wiedergeben? Hey! Endlich! Nein, 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 nein! Ich habe doch nicht... Ich will da auch nicht runterfallen. Ich will da auch nicht runterfallen. Das war doch nur ein Spaß. Ich will da auch nicht runterfallen. Nein! Da habe ich... Eine Sekunde auf meine Stoppuhr... Meine Ulu guckt. Scheiße! Ich habe nur kurz weggeguckt. Egal, ich wollte die Zähne noch mal spielen. Clem! Ich bin okay. Ich bin... Ich bin... Stückt. Clem, ich kann mich nicht erreichen. Es ist okay. Clem, schau, wir werden dir etwas herausfinden. Nach dir! Oh, shit! Oh, shit! Dann haue ich dir die Kniescheibe raus. Und dann haue ich dir den Hammer rein. Oh, yeah! Und jetzt spürst du meine Power. Ich darf nicht an die Maus kommen. Und X! Und jetzt gehen wir nach links. Oder nach rechts links. Mein Hammer habe ich verloren. Nein! Hallo Frau! Tschüss! Ich will nicht da reinfallen. Ah, 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 ah. Kuckuck! Tschüss! Jetzt schubsen wir sie... Nicht runter. Ich nehme ein Stück Holz. Ne, ich nehme die Machete. Und hack hier ihr den Kopf ab. Ach, der hängt noch dran. Das ist nicht gut. Hä? Du frisst gerade die Machete! B! B! Ich hoffe, das hat ges... Ich hoffe, das hat ges... Um nimmst du die Waffe nicht mit. Äh... Komm hierher her! Oder haue ich ihn damit kaputt. Du bist doch... Ach so. Das war geplant. Du bist doch krank. Danke, Clem. Das war gut. Lass uns weiter. Boah, die Wolken sind ja wirklich... Sie sind ja noch mehr oder was? Ja. Spiele es einfach. Und du hast das Gespräch. Was? Warum ich? Ich will nicht in eine Kampf. Du denkst wirklich, dass er eine kleine Mädchen schüttet? Keine Ahnung. Und keine Ahnung. Ist er mit Carver? Es ist schwer zu sehen. Ich glaube nicht so. Na, wer bist du? Wer fragt? Ich bin. Ich bin Clementine. Und das ist Luke. Clementine und Luke. Ich kann ihn noch nicht genau erkennen. Ich bin. Du bist nicht so wie Arschlöse. Du bist Arschlöse? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber du kennst das, was hier drin ist. Du gehst über viele Arschlöse. Du bist derjenige ein Kugel. Du bist derjenige. Du hast die Leute nach vorne, wie alle anderen? Alle anderen? Ich sehe, dass ein Gruppe ein Tag durchschnittlich geht. Sie alle sehen das gleiche. Es ist eine große Migration des Dazes und Verwurzungs. Du hast jemanden genannt Krista gesehen? Krista? Vielleicht. Wirklich? Nein, ich meine, viele Leute kommen hier. Ich weiß nicht. Ich muss sagen, ihr zwei sieht wie Scheiße. Wenn ihr Essen braucht, ich habe ein paar Kuchen in der Station. Na, das ist sehr schön. Was ist das? Keine Ahnung. Ich habe viel. Okay, dann. Danke. Hey, kein Problem. Es ist schön, dass ich hier mit Freundlichen Gesichtern bin. hier auch hier bin. Wie gesagt ich habe, ich habe Tröne und Besonderes geprüzig. und wenn Sie wollen. Sie sehen, was gibt es.. Wtf ist, man? Was ist er? Was ist der schalat? Nein, 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 nein. Er ist uns mit. Nick! NOOOOO! Stop! Nick,itor, duw 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 duw. Scheiße. Da wollte uns einer helfen und da ist es wieder vernichtet, ey. Ich glaub's ja nicht. Aber wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge von The Walking Dead Staffel 2 Season 2. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Foxy. Ciao, 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 ciao.